Hallo und herzlich willkommen zurück zu Drangborn Xenoverse. Ja, im letzten Part haben wir eine Runde mit Beerus gekämpft. Und ja, warum hat der sich denn plötzlich so gedreht? Naja, egal. Ja, euch müsste es bestimmt bereits aufgefallen sein, dass die letzte Aufnahmesession in drei Parts gespaltet worden sind. Ich konnte leider die Parts nicht besser schneiden. Deswegen haben wir heute nicht so viel Zeit und ich werde mich sofort und gleich in die Story begeben. Ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Sind wir da überhaupt weitergekommen? Ja, ne? Wir hatten Bild besiegen können. Und wir haben, wie ihr ja gerade wohl, ich hoffe ihr habt es gesehen, habt ihr mal auf dem Xenikonto stand gesehen, wie viel wir da haben. 44.000! Woher kommen denn diese 44.000 her? Das ist echt krass. Also wir können dann im nächsten Part dann, ähm, ordentlich einkaufen gehen wieder. Das ist mit Seacog. Hey du! Oh, zuerst ein Krieger des Dämonenreis und jetzt ein Dämonengott. Chaos! Aber ich glaube, dass du die Geschichte verteidigen wirst. Ich weiß, hier ist ein Geschenk für deine Bemühungen. Hier. Du hast Folgendes erhalten. Energiekapsel L. Apropos Energiekapsel L. Wir sollten, ähm, die Kampfobjekte... Na süß, da haben wir schon mal zwei. Dann sind wir schon mal gut aufgestellt und es geht dann gleich weiter in der Geschichte. Der Trunks wartet schon. Jo, Trunks! Alles okay? Hätte nicht gedacht, dass es jemand wie Lord Bills gibt. Glaubst du, du kannst weitermachen? Natürlich! Ich weiß, dass er stark ist. Er ist ja auch ein Gott der Zerstörung. Du Noob! Hast du etwa Dragon Ball Super nicht geguckt? Demikras Plan und Bills. Reduziere die Trefferpunkte des Gottes der Zerstörung Bills. Kann man das nicht einfach ver... Ne, egal. Auf einem bestimmten Maß. Spielertrefferpunkte verbraucht. Gut, Sengoku und ich gegen... Aua. Okay, der ist irgendwie... Okay, ich bin weg. Tschüss! Ach, warte. Hm. Alter. Alter. Warum geht denn der so ab? So, jetzt habe ich die... Wasch so? Was ist das wirklich wie eine Godre? Wie ist das? Das war eine Welt. Eine Promotionskunden ist. Ein Objektoronoskunden ist. Ein bisschensuper zu stark. Ich kann nicht das gote sein, dass ich wesentliche Gott sah. Was ist willkommen? Ich werde mir auf etwas Glück. Aber... Wenn ich jemandem nicht verartigte, dass wir uns nicht weiss, wenn ich mit dem Bills zu verbrüren hatte. Das war ein Problem. Ich werde diese Glück-Richt für mich. Es ist ein Problem. Es war ein Glück-Richt. Ja, okay, Son Goku hat alles gemacht, ich brauchte nichts machen. Cool. Echt, Son Goku, du nimmst mir einfach die Arbeit hier ab. Unglaublich. Aber warum war der am Anfang so schwer zu schlagen? Ich bin einig, ich bin einig. Ich bin einig. Das ist nicht so schwer. Ich bin der Schmose-Hakai-Sin in der Krieg des Schmose-Hakai-Sin. Der Schmose-Hakai-Sin ist bereits mein Geist. Wie kann man die Schmose-Hakai-Sin nicht mehr verletzen? Ja, ja, ja! Ah, das ist doch... Mö, das ist es, was ich. Wenn die Verkaufs-Geräusche die ganze Welt verletzten, dann wird die neue Welt der Magistin-Domi-Gura verletzt. Hahaha. 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 Ich habe das Gefühl, dass du das Gefühl hast. Ich hatte einen Blick auf die Musik, und ich hatte einen Blick auf die Begründung. Das ist ein sehr grosses Geheimnis. Wie ist es, Vils? Das ist jetzt die Welt. mit bilds gegen die mikra besiege dämonen gott dem ikra spieler treffer punkte verbraucht es niederlagen geben ja wenn ich jetzt bilds an meiner seite habe dann ja jetzt wird er endlich ja da ist er ja da war zun lang zang natürlich gibt es eine nagegeschichte du ja das war dein fehler ja 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 seit wann kann ich denn diese attacke ich beherrsche auch die drachen faust nicht ja 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 Naja, wir haben die Mikra schön eingeheizt, würde ich mal sagen. Schon wieder ein Levelaufstieg. Mann, aber das mit dem Levelaufstand geht hier aber fix. Muss ich ehrlich mal sagen. Ah, ich hab mal eben Beerus mitgebracht. Oder Bilz, auf deutsch. Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ich glaube, dass du dich anst, um zu erzählen, was du zu erzählen. Sie sind in der Zeit, um zu verabschieden. Aber es ist ein Problem, dass du hier rauskommst. Entschuldigung. Für die Zeit, um zu verabschieden, um die Zeit zu verabschieden, um die Zeit zu verabschieden, um zu verabschieden. Ah, so. Dann müssen wir die Begründung zurückgekehrt. Stopp! Wenn du in diesem Weltall bist, dann wird die Zeit verbreitet. Das kann passieren, ja. Ich bin Verbrechstin. Da hat er auch recht. Was? Er kann einmal wieder stehen? Er hat sich nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Sie haben mich verletzt. Ich kann nicht verletzt. Erstens, dich nur für mich. Ich werde mich immer gewinnen. Ich werde meine Eltern und meine Eltern und die Freunde zu retten. Geben Sie alle, die Chance zu retten! Bill, ich bin hier schon gesagt, so kann ich das Wort verletzen? Wie soll ich es testen? Test? Das ist gut. Was für ein Test? ich soll gegen dich und wiss kämpfen oder er trunks kann das gerne machen ich guck zu Willis, will ich auch beurteilen? Wiss hat gesagt, was ich gesagt? Es gibt keine Ahnung... Just... Just... Stop! Hier ist nichts! Irgendwann... Irgendwann... Du bist in Ordnung... Ja, 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 ja... Tokinosu ist sehr久, also ich werde es ein wenig zu tun. Dann, wenn du dich bereit hast, dann bitte ich zu mir. Was machen wir jetzt noch? Noch einen Kampf machen wir. Dann lass mal beginnen. Boah, ging ein Gewiss, ne? Da verliert man sofort. Ja, natürlich. Ah, jetzt geht's. Dann, geht's. Ja, danke. Trunks, du wirst dich eh wieder zurücklehnen und nix machen. Besiege alle Gegner. Spielertrefferpunkte verbraucht. Aua, aua, aua. Alter, alter, alter. 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 Nicht schlecht. Aber zwei gegen einen ist unfair. Okay, gut. Ich mach's jetzt nicht besser, aber... Okay, ich bin weg. Okay, ich bin gleich in die Geschichte. Okay. Gut, dann kümmere ich mich jetzt mal um ein Biss. Alter, warum werde ich... Alter. Ey, warum nimmt man zwei gegen einen, dass es umfährt? Trunks, was machst du bloß? Du bist echt schlecht. Alter, der hat sich schützend vor Whisk gestellt. Okay, lass das. Hier bin ich. Okay, das war's. Ich hab' hier eigentlich gar nix mehr. Na super, jetzt greift er von hinten an und ich weiß nicht, von wo was kommt. Alter. Gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir können jetzt nochmal die Punkte verteilen. Alter. Wie sollen wir denn das schaffen? Na gut, erstmal, ähm... Attribute posten. Oh, wir haben sechs. Perfekt. So, ja. Dann können wir noch die Kampfobjekte für das nächste Mal, ähm... Genau, ne große. Das ist, das ist wichtig. Gut, und im nächsten Part werden wir dann uns mal angucken, was es für neue Sachen gibt. Und eventuell würde ich mal vorschlagen, dass wir mal Spots und Colina machen. Statt, äh, die Offline-Quests und der Story. Das wollen wir mal gucken, was ich glaube, ich hab' mal in den ersten Parts mal einen ausprobiert. Da hab' ich vollkommen versagt. Ich glaube, war nicht eins sogar mit Hedegaard? Weiß ich nicht. Na gut, wir sehen das dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020